Musik 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 Sicherlich ein Kompliment an Südtirol Festival, immer wieder so wunderbare Konzerte noch mehr anzuholen. Daniel Hope ist sicher ein Highlight und das Motodance, ja, muss man da sein. Danke. Ja, es ist voll schön, klassische Musik da umzulossen, vor allem zu holen und ja, geniesse ich noch. Musik 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 Ja, heute bin ich hier speziell für Daniel Hope, weil er erstens mal ein Begriff ist und einfach eine super Musik macht. Das ist auch heute sehr beeindruckend. Der Saal ist dafür sehr geeignet, für seine Musik und ich glaube, er schätzt das auch. Und man spürt auch an der Sphäre, dass er das auch auf das Publikum überschwappen lässt. Danke, heute ein wunderbares Erlebnis und ich bin dankbar dafür, dass wir hier sein können. Musik 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 Musik